Wie wäre dein Leben und deine Hundespaziergänge, wenn du nie wieder Angst haben müsstest vor der Begegnung mit anderen Hunden? Speziell mit so einem Exemplar wie, der tut nichts, der will nur spielen, wenn sowas auf dich und deinen Hund angerast kommt. Kein schönes Gefühl, stimmt's? Freue dich! Hier in diesem Video zeige ich, wie du ganz entspannt an anderen Hunden vorbeigehen kannst und wie du diese Situationen ganz souverän meisterst. Ohne Angst um deinen Hund und ohne dich vor anderen Menschen klein und dumm zu fühlen. Wie reagieren denn wir Hundebesitzer normalerweise in solchen Situationen? Naja, erstmal reden wir. Nein, lass das Pui, Floki, komm, der ist doch ganz lieb und so weiter. Wir ziehen den Hund zurück. Nein! Teilweise stupsen wir den an oder wir rempeln und schieben den zur Seite, weil wir dem mitteilen wollen, ey, das ist nichts für dich, halt dich da raus. Oder im schlimmsten Fall nutzen wir sogar übles Zubehör wie das Halti oder eine Wasserflasche oder eventuell sogar Elektrohalsbänder. Aber all diese Methoden bringen dir überhaupt nichts. Und das hast du mit Sicherheit auch schon gemerkt. Es bringt dich nicht weiter. Denn du reagierst erstmal falsch. Du reagierst als Mensch, nicht als Hund. Und du reagierst natürlich zum falschen Zeitpunkt, weil bei Hunden passiert das alles im Bruchteil einer Sekunde. Und wir Menschen sind in der Regel viel zu spät. Aber was entscheidend ist, das ist, dein Hund ist in diesen Momenten wirklich in so einem Tunnel, der sieht und hört gar nichts mehr. Also selbst wenn du den, wenn du richtig fest auf den draufhauen würdest, der spürt das nicht. Der spürt nichts, der hört nichts, der sieht nichts mehr, der geht nur noch nach vorne. Und sagt so, den muss ich jetzt eliminieren. Was du wirklich brauchst, das ist erstmal eine wirklich konkrete, klare, schrittweise Strategie, die dir zeigt, wie du deinen Hund da rausführst, beziehungsweise wie das sein kann, dass der gar nicht mehr in solche Situationen reinfällt und das gar nicht mehr angeheizt wird von sowas. Und du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt und dir zeigt, wie du deine eigenen Zweifel überwindest und deine eigenen Ängste mal abstellen kannst, damit du wieder souverän und stolz mit deinem Hund durch die Gegend laufen kannst, spazieren gehst, am Hundestrand laufen kannst. Dass der Hund merkt, boah, meine Besitzer, die sind toll, an denen kann ich mich orientieren, auf die bin ich ganz stolz. Deinem Hund machst du nichts vor, der spürt jeden Tag, wie unsicher du bist in solchen Stressmomenten. Und das alles zu ändern, ist überhaupt kein Hexenwerk. Unsere Teilnehmer sehen nach drei bis vier Tagen schon die ersten Besserungen an ihren Hunden. Das heißt, wir verbessern das Verhalten des Hundes, ohne den Hund zu ändern. So wie bei dieser Teilnehmerin hier. Wir sitzen gerade in Holland in dem neuen Haus, wir sind heute angekommen und wir haben ja noch keinen Sichtschutz. Und gerade gegenüber sind auch Leute angekommen, da sitzen vier Mann auf der Terrasse mit Hund und meiner liegt draußen mit der Peaches zusammen und die beiden schlafen. Das wäre vor 14 Tagen undenkbar gewesen. Ich hätte den hier einsperren müssen, damit er das draußen nicht mitkriegt. Der hört, der ist abrufbar. Das ist doch super, oder? Und das kannst du mit deinem Hund auch. Mit unserer Strategie siehst du blitzschnell Erfolge bei deinem Hund, egal was heute dem sein Problem ist. Noch schöner ist, wenn dein Hund sein jetziges Problem einmal überwunden hat, fällt der nie wieder dahin zurück. Das ist dann vorbei und erledigt. Und du hast für alle Zeiten die Kontrolle und dein Hund wird nie wieder selber entscheiden. Der wird immer auf dich warten und mit dir kommunizieren und dich zumindest mit den Augen fragen, was machen wir denn jetzt, was entscheidest du? Und er wird das tun, was du entscheidest. Wie das geht, trag dich einfach hier unten in unser gratis Online-Seminar ein. Das kostet dich überhaupt nichts. Und da erkläre ich dir diese Erfolgsstrategie und wie du bei deinem Hund vorgehen kannst, um auch ganz schnelle Erfolge bei dem zu sehen. Und da geht es um ganz schnelle Erfolge bei deinem Hund.